In der heutigen Folge von Fotos für dein Mac gehen wir einmal die Kategorie Gesichter durch. Dort werde ich euch einmal zeigen, wie wir Gesichter einrichten können, also wo wir es finden, wie wir es benutzen können und was es als Effekt hat. Und damit viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, hier auf dem Nilsilf-Kanal in der Playlist Fotos für dein Mac. Wie gerade schon am Anfang gesagt, geht es heute einmal um die Kategorie Gesichter. Gesichter, ja. Diese Funktion gab es auch damals schon in iPhoto und viele, und ich bin davon auch betroffen, haben sich bestimmt gefragt, was kann ich damit machen. Ja, heute zeige ich euch, wie wir mit Gesichtern arbeiten können. Dazu müssen wir einmal Fotos aufrufen und dann einmal in die Ansicht Alben gehen. Und dann haben wir dort Gesichter. Und zwar hier einfach. Das sind diese kleinen Kreise, sage ich jetzt mal, mit vielen Gesichtern drin. Wenn wir da nun einmal rauf gehen, da können wir einfach einen Doppelklick machen, öffnet sich nur beim ersten Mal allerdings dieses Willkommensbild, sage ich jetzt mal. Apple beschreibt Gesichter so. Mit Gesichter strukturieren sie ihre Fotomediathek nach bevorzugten Personen. Das Bestätigen von Gesichtern hilft Fotos dabei, Personen besser zu erkennen und bessere Treffer vorzuschlagen. Das heißt also, wir haben gleich verschiedene Gesichter, wo wir uns eins gleich raussuchen werden und dann sucht Fotos erst einmal nach weiteren Gesichtern. Wir müssen natürlich einen Namen vorher eingeben und dann können wir zu diesem Gesicht und zu diesem Namen sozusagen weitere Fotos hinzufügen und dann können wir später, anstatt jedes einzelne Foto in unserer Gesamtmediathek zu durchsuchen, wo jetzt zum Beispiel unser Freund Paul zum Beispiel jetzt drauf ist. Dann können wir nämlich einfach hier in Gesichter reingehen, dann einfach auf Paul gehen und schon sehen wir alle Fotos, wo der Freund Paul mit drauf ist. Ich würde sagen, gehen wir mal auf Beginn. Und nun sehen wir einmal folgendes Bild. Hier unten haben wir die verschiedenen Gesichter, wo wir uns nun einfach eins raussuchen können. Allerdings noch kurz gesagt, Gesichter erspart uns schon relativ viel Zeit, um jetzt, also man muss jetzt nicht alle Fotos durchgehen in unserer Mediathek, wenn wir zum Beispiel über 7000 Fotos haben, müssen wir nicht jedes Foto durchgehen, um zu schauen, ob da ein Kumpel oder wer auch immer da drauf ist und markieren oder in den Album packen. Also man spart schon relativ viel Zeit. Man muss trotzdem ein bisschen Zeit in diese Funktion investieren, damit man am Ende hin perfekte Ergebnisse haben kann. So, kommen wir einmal zu diesem Foto hier. Das bin ich übrigens. Machen wir da einen Doppelklick drauf. Dann erscheint hier oben Name der Person. Da geben wir einfach Nils ein. So, dann haben wir auch, wenn wir mehrere Kontakte drin haben mit dem Namen, können wir diese hier auswählen. Ich mache jetzt einfach nur Nils und sage einmal Fortfahren. Nun wird jedes Foto, wo unser Gesicht drauf ist, wie zum Beispiel dieses hier, nun hier angezeigt. Ja, das ist natürlich kein vorteilhaftes Foto von mir, aber wenn wir jetzt mit der Maus hier rauf gehen, zoomt es noch einmal ran, sodass wir gucken können, ja, das bin tatsächlich ich. Und wenn wir das nicht wären, können wir das einfach hier anwählen und dann steht hier unten nicht Nils. Wenn wir es doch sind, können wir es wieder anwählen und sagen dann hier einmal hinzufügen und fortfahren. Nun steht hier, Sie haben von Nils drei Fotos hinzugefügt. Wenn wir dann wieder zurückkehren, sehen wir hier einmal mich, nämlich einmal Nils, meinen Namen und hier einmal unsere Vorschaubläder. Da haben wir einmal das hier drin und diese beiden Fotos. Und wenn wir hier wieder zurückgehen, können wir weitere Gesichter hier einmal hinzufügen. Hier zum Beispiel, das ist Thorsten Frings. So, dann gehen wir hier auf Fortfahren und nun, Sie haben ein Foto von Thorsten Frings hinzugefügt, weil es im Moment gerade nur ein Foto von demjenigen gibt. Wenn wir nun wieder zurückgehen, dann haben wir hier einmal wieder zwei Fotos, nämlich einmal mich und einmal den Herrn Thorsten Frings. Wir können dann hier unten weitermachen mit den ganzen Gesichtern benennen, sofern wir natürlich mehrere Gesichter haben. Ich habe jetzt hier allerdings nur diese paar Fotos drin. Deswegen würde ich sagen, wünsche ich dir viel Spaß beim Bearbeiten von Gesichtern oder beim Benennen von Gesichtern. Man braucht ein kleines bisschen Zeit, wie gesagt, aber danach hat man hier eine tolle Übersicht über alle Fotos, wo man drauf ist oder wo jemand anderes drauf ist. Und das ist die Funktion Gesichter. Wenn du jetzt noch eine Frage hast zu diesem Thema oder einem anderen Thema, schreib mir doch einfach in die Kommentare oder auf Twitter mit und dann kann ich auch dort eure Frage sehen und dort dann auch beantworten. Ansonsten sehen wir uns hier wieder am Abblendbildschirm und zwar mit der ersten Folge, wo ich dir einmal zeige, wie du Dokumente mit Hilfe von einem iOS-Gerät scannen kannst. Dort habe ich es an der Hand von einem iPad gemacht mit der Funktion ScanBot. Das ist relativ cool, auch wenn man zum Beispiel ein digitales Büro haben möchte, also alles digitalisieren möchte, Dokumente und vieles mehr, kann man diese App benutzen. Und in der unteren Folge habe ich für dich bereitgelegt, sofern du mal eine Präsentation erstellen möchtest, meine Keynote-Playlist. Und damit bedanke ich mich nochmal fürs Reinschalten und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin.